Wenn ich da an meinen nächsten Gast denke, da hat das nicht so viel mit Träumen. Wenn der da ist, da geht's aber richtig ab. Das sag ich Ihnen. Wo er auftritt, da bebt jede Halle und wahrscheinlich heute auch die hier in Hannover. Ich freue mich, dass er mal wieder da ist. Superstar, Kultstar, The Hoff. David Haselhoff is in the house. I pray to step into the lights. Some people need to help somebody. They're just a wrink of inside. You look beautiful. Du bist wunderschön. Hannover, alles klar? David ist wieder mal bei uns, wie schön. Und er hat gesagt, in dieser Sendung, in dieser ganz besonderen Sendung, nennen wir sie Charity-Sendung, ist dir das auch ein Bedürfnis, ne? Bist gerne hier heute, ne? Mir ist das sehr wichtig. Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Meine Mutter hatte auch Brustkrebs. Und eine Freundin, ein Freund von mir, eine sehr enge Freundin, ein Sängerfreund, hat auch Krebs. Wer ist? Wir können hier per Unterhaltung Spenden einsammeln. Das ist sehr wichtig, meine Damen und Herren. Wenn Sie zu Hause gucken, wenn Sie Andrea und die anderen Künstlerinnen und Künstler mögen, dann sage ich Ihnen, bitte spenden Sie, was Sie sich leisten können. Das ist für einen guten Zweck. Und vielleicht können wir den Krebs hier heilen. Nur vielleicht. Und es ist ein Zeichen, dass du heute hier bist. Und das so kurz vor der Tournee. Es geht nämlich bald los jetzt. Die große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und heute kriegen wir schon ein kleines bisschen eine Idee, was da abgeht. Ich habe meine Band heute Abend mitgebracht. Wir gehen ja zusammen auf Tour. Wir haben ja bald den Tag der Deutschen Einheit. Und in der Hofer fangen wir an. Aber wir spielen natürlich auch in Berlin. Die Band ist mit dabei. Und dann können wir hier mal kurz zeigen, was wir live drauf haben. Und was Sie, meine Damen und Herren, erwarten können. Vielleicht kennen Sie mich noch gar nicht live. Die Damen und Herren sind mit dabei. Und heute Abend rocken wir das Haus. Okay, David Haslov. Come on, come on, come on, come on. Woo! Well, again, I can't begin to know it. But then again, I know it's strong. Wasn't spring. And then spring became the summer. Who would have believed you'd come along. All right, ready? Come on, hands. Hands. Touching hands. Reach it down. Touching me. Touching you. Good time. I'll be fine. Oh-oh-oh. So good. sugar. Sugar. Das war's. 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 Das war's.